Ist das der Runde drin? Letzte Runde. Oh nein. Rechts. Das ist schwer aus. Ich weiss, dass das ein Haus war. Was machst du da? Er versucht, er peart, wie du siehst, ohne Brille. Und ohne Brille ist er ja blind. Kann man ja so sagen. Was machst du denn? Und er hat dann noch ein Handicap und zwar der Controller ist links rum. Der ist komplett falsch rum. Der ist links rum. Und? Der ist auf die Kopf.